Ja, innerhalb von nicht einmal sechs Wochen wurden in Österreich sieben Frauen getötet. Bei einer weiteren ist es bei einem Versuch geblieben. Insgesamt 17 Frauenmorde hat es in Österreich bisher gegeben. Wir sind damit trauriger EU-Spitzenreiter beim Thema Femizide. Wieso müssen so viele unschuldige Frauen sterben und was kann man dagegen tun? Darüber spreche ich jetzt mit der Geschäftsführerin des Vereins der autonomen österreichischen Frauenhäuser, Maria Rösslhumer. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag. Im Vorjahr waren es 31 Morde an Frauen. Heuer sind es bereits 17. Wenn man sich das jetzt hochrechnet, kann man davon ausgehen, dass es ganz schön viele wieder heuer werden. Haben wir in Österreich ein Problem, was Frauenmorde betrifft? Ja, wir haben ein großes Problem. Wir haben nicht nur mit den Frauenmorden, sondern generell das Ausmaß der Gewalt an Frauen ist enorm hoch. Wir dürfen ja nicht nur von den Morden ausgehen. Wir haben ja letztes Jahr zum Beispiel 63 Mordversuche an Frauen gehabt. Wenn man das hochrechnet, sind das 100 Frauen, die von schwerer Gewalt bzw. Mord betroffen sind. Also ein riesengroßes Problem. Und wir bedauern wirklich auch, dass es keinen Aufschrei gibt. Es ist eine gewisse Gleichgültigkeit eingetreten gegenüber den Morden, obwohl so viel passiert in Österreich. Und das ist gravierend. Auch die anderen Länder reden schon von einem Land der Femizide in Österreich und das ist sehr auffallend. Österreich war eigentlich einmal ein Vorbildland, was den Gewaltschutz und den Opferschutz anbelangt. Aber jetzt, wir haben zwar gute Gesetze, gute Maßnahmen, aber es scheitert offensichtlich in der Umsetzung und in der Ernsthaftigkeit der Problematik. Das heißt, in den vergangenen Jahren, wenn man jetzt vielleicht so zehn Jahre zurückblickt, da war es noch nicht so extrem. Das ist erst in den letzten Jahren konstant gestiegen. Ist das richtig? Ja, es ist vor Corona-Zeit. Also die Pandemie kann man nicht als Ursache hernehmen. Es war ja schon 2018 ein hoher Anteil und es hat sich verdoppelt. Und in den letzten Jahren ist es auch nicht besser geworden. Ich meine, die Ursachen, da gibt es natürlich mehrere Aspekte zu benennen. Aber was wir immer wieder sagen, in Österreich herrscht eine wirklich eine tiefgehende patriarchale Einstellung gegenüber Frauen. Eine hohe Frauenfeindlichkeit, Frauenverachtung, Frauenerniedrigung. Also das ist spürbar. Das merkt man in der Sprache, wie man mit Frauen umgeht. Das merkt man auch in der digitalen Welt. Also die digitale Gewalt hat enorm zugenommen. Und von dieser verbalen, psychischen Gewalt bis hin zur körperlichen Gewalt ist es oft kein langer Weg, also sehr kurzer Weg. Also hier müssen wir enorm viel tun. Und vor allem auch die Behörden, alle, die beteiligt sind, müssen hier mitwirken, damit wir eine verbesserte Situation bekommen. Also alleine schon viele Frauen wenden sich an Einrichtungen, an Behörden. Aber sie werden dann oft nicht adäquat unterstützt und nicht ernsthaft betreut und auch nicht ernst genommen. Hier müssen wir etwas ändern. Sie sprechen von patriarchalen Strukturen innerhalb unserer Gesellschaft. Aber kann man sagen, dass in Österreich lebende Männer gewaltbereiter sind, als es in anderen Ländern der Fall ist? Oder wo sehen Sie die Hintergründe für diese extrem hohen Zahlen an Frauenmorden? Ja, es ist schon eine sehr mysogene Gesellschaft, in der wir leben. Männer sind offensichtlich hier noch immer nicht bereit, Frauen auf Augenhöhe zu betrachten, wertschätzend umzugehen. Hier fehlt es. Also wir bräuchten wirklich Männer, die auch Vorbilder sind und zeigen, wie es geht, dass Gewalt nicht die Problemlösung ist, sondern dass es eine andere Möglichkeit gibt. Und vor allem Männer, die auch positive Vorbilder sind. Es reicht nicht, wenn wir immer wieder sagen, wir müssen in Schulen gehen und die Kinder und Jugendlichen hier aufklären und sie stärken und unterstützen. Wenn wir keine positiven Vorbilder haben in unserer Gesellschaft, wird sich nichts ändern. Also es braucht auf beiden Ebenen hier einen Ansatz und natürlich auch in der Politik und in der Gesellschaft generell. Also auch Politiker, die frauenfeindlich agieren, müssen Konsequenzen spüren. Also es braucht wirklich hier rundherum und auch einen ganzheitlichen Ansatz. Alle müssen mitwirken, damit sich hier etwas ändert in Österreich. Und inwiefern spielt jetzt zum Beispiel die Corona-Krise in diese Thematik mit rein, wenn man bedenkt, wir leben in Krisenzeiten, wir haben Teuerungen, die Menschen sind unzufrieden. Macht das dann auch einen Unterschied, was diese Anzahl von Femiziden betrifft? Natürlich, es verstärkt die Situation enorm. Das haben wir schon 2007, 2008 gemerkt bei der ersten Wirtschaftskrise. Wenn die existenzielle Unsicherheit größer wird, dann nimmt auch die Gewalt zu. Das verstärkt natürlich, aber es ist nicht die Grundursache. Die Grundursache liegt eben in dieser Männerherrschaft, in diesem ungleichen Machtverhältnis. Und wir sind ja auch noch so weit entfernt von einer echten Gleichstellung zwischen Männern und Frauen. In der Istanbul-Konvention, die Österreich ratifiziert hat, steht ja drinnen, beides muss zusammenwirken. Die Gleichstellungspolitik, erst wenn Frauen und Männer gleichgestellt sind, dann kann sich etwas ändern in der Gesellschaft. Weil es ist ja auch ein strukturelles Thema. Es beginnt ja nicht erst bei der ersten Ohrfeige, sondern wesentlich früher. Also hier müssen wir ansetzen. Und da haben wir auch ein zusätzliches Angebot jetzt geschaffen mit diesem Stopp-Projekt, Stopp-Stadtteile ohne Partnergewalt, wo es eben um ein gemeinwesenorientiertes Projekt geht, wo alle mitwirken können, wo alle einen Teil beitragen können, Zivilcourage ausüben gegen häusliche Gewalt, Partnergewalt. Den letzten Frauenmord, den hatten wir noch nicht einmal. Eine Woche ist er her. Wien-Landstraße, da wurde eine 76-Jährige von einem 68-Jährigen getötet. Er verübte danach Suizid. Und Erhebungen im Umfeld des Paares haben ergeben, dass der mutmaßliche Täter bei der Pflege seiner Frau überfordert gewesen sei. Also in der Öffentlichkeit scheint hier jetzt nicht wirklich ein klassisches Eifersuchts- oder Rache-Delikt vorzuliegen. Und es scheint jetzt nicht der typische Femizid, den man jetzt so hört, ja, Eifersuchts-Rache, der Partner war eifersüchtig und hat sie deswegen ermordet. Könnte das ein Problem werden? Und wie sehen Sie diesen Fall? Es ist tatsächlich auch ein Femizid. Wir bezeichnen es als Femizid, weil natürlich war er überfordert. Aber das gibt ihm nicht das Recht, die Frau in den Tod mitzunehmen. Also Frauen sind auch überfordert. Viele Frauen sind im Alter, in der Pflege überfordert. Viele Frauen pflegen auch ihre Angehörigen und trotzdem bringen sie niemanden um. Also es ist schon auch ein patriarchales Muster, das Sie ja vorstellen, dass er sozusagen hier keine andere Lösung kennt, anstatt sich Hilfe zu holen. Männer, das Problem ist ja bei den Männern, sie holen sich keine Hilfe und dann kommt es zu diesem dramatischen, grausamen Vorfall. Also auch hier ist das einfach auch ein Mord. Wir zählen es dazu, weil es ein Männlichkeitsproblem ist. Männer haben dieses Problem, dass sie keine anderen Lösungen sehen, immer nur und auch mit Zurückweisungen nicht umgehen können. Immer wenn Frauen zum Beispiel auch, das war in diesem Fall ja nicht, wissen wir ja zu wenig, aber dass Männer oft mit Zurückweisungen, mit Kränkungen nicht umgehen können. Wenn eine Frau dann einen Schritt setzt und sich trennt, dann ergibt es eben diese gravierenden Gewaltvorfälle. Ja und ein Blick nach Spanien zeigt, dass es von dort vielleicht noch viel zu lernen gibt. Seit Jänner 2022 erfasst Spanien als erstes und bislang einziges EU-Land alle Formen der Femizide. Also unabhängig von welchem, egal welcher Mord es ist, alle frauenfeindliche Morde werden da angeprangert. Sei es in der Familie, im sozialen Umfeld, im Zusammenhang mit Prostitution und Ausbeutung, aber auch stellvertretende Racheakte an Kindern, was bei uns als klassisches Familiendrama quasi gesehen wird. Wie wichtig ist denn diese Benennung, dass man das auch bei uns einführen würde, dass man das ändert, dass alles so benannt wird? Das ist ganz wichtig. Bei der Sprache beginnt es ja schon einmal. Bewusstsein ändert sich durch die Sprache und auch durch die Benennung. Also Spanien ist auch für uns ein Vorbild. Also dort gibt es auch erst einmal schon eine große Empörung bei jedem Mord. Also die Leute gehen auf die Straße. Auch die Politik sieht hier einen Handlungsbedarf und hat alle Maßnahmen gesetzt. Die Frauenrechte sind ihnen wichtig. Sie sind ein feministisches Land, wo eben das alles angeprangert wird. Und was mir in Spanien auch sehr gut gefällt, es gibt dort über 400 Sprengel, also Gerichtssprengel, wo die Richter und Richterinnen sensibilisiert sind, geschult sind und wissen, was sie tun müssen. Also die Verfahren dauern auch nicht so lange. Alle sind sensibilisiert und es ist ihnen bewusst, was hier passiert. Und die Morde sind in Spanien tatsächlich zurückgegangen durch diesen gesamtheitlichen Ansatz. Es gibt auch Bewusstseinskampagnen, wo es immer wieder heißt, wir müssen gemeinsam miteinander etwas tun. Das ist ja bei uns auch, es fehlt eigentlich an diesem ganzheitlichen Ansatz. Es wird da eine Maßnahme gesetzt, es wird da eine Maßnahme gesetzt. Aber man schaut nicht, wie wirksam sind diese Maßnahmen. Wirken die wirklich und was braucht es noch? Und da fordern wir auch einen Gesamtgipfel, einen Krisengipfel miteinander, um zu schauen, sind die Maßnahmen ausreichend, wo müssen wir Verbesserungen schaffen? Also Bewusstsein ist auf jeden Fall wichtig, das hilft auch, haben Sie gerade gesagt. Wesentliches Merkmal eines Femizid ist, dass die Opfer mit hoher Wahrscheinlichkeit noch leben würden, wenn sie keine Frau wären. Voran geht da oft eine lange Spirale der Gewalt. Können Sie da erklären, wie sich das in einigen Fällen so äußern kann typischerweise? Ja, es ist richtig. Meistens ist der Mord oder Femizid die Spitze des Eisbergs. Viele Frauen bleiben ja sehr lange oder haben das Gefühl, sie müssen bleiben, weil sie nicht heraus können aus dieser Gewaltspirale vorangehen. Oft Drohungen, Morddrohungen, immer wieder diese Drohung, wenn du etwas machst, wenn du gehst, wenn du einen Schritt setzt, dann wird etwas Schlimmes passieren. Also die Täter drohen mit, die Kinder umzubringen, das Haus anzuzünden oder eben ihr Leben zu zerstören. Und das schüchtert natürlich die Frauen ein, weil sie Angst haben. Er macht das wirklich tatsächlich. Also bei uns, bei der Frauenhelpline zum Beispiel, unter der Nummer 0800 dreimal die 2, dreimal die 5, rufen viele Frauen immer wieder an und sagen uns das. Ich weiß nicht, wie ich ihn einschätzen soll. Neigt er wirklich dazu? Also für Frauen ist das ja auch oft schwer, diese Gefährlichkeit tatsächlich einzuschätzen. Und manche schätzen es auch ganz richtig ein. Wir versuchen sie auch dahin aufzuklären, dass sie vorsichtig sein müssen, dass sie sich Schutz holen müssen. Viele Frauen rufen auch die Polizei und hoffen, dass alles gut wird und dass nichts passiert. Sie haben es jetzt eh schon angesprochen, Gewalt beginnt ja nicht erst beim psychischen Angriff, sondern auch schon davor psychisch, also nicht beim physischen Angriff, sondern psychisch. Bei Kontrolle, Abwertung, psychische Gewalt. Jetzt hört sich das alles ganz klar an. Wenn es eine Mordruhe gibt, dann ist er wahrscheinlich gefährlich. Aber für betroffene Frauen, die jetzt jahrelang vielleicht in so einer Beziehung stecken, stelle ich mir das dann doch schwer vor, das dann auch zu erkennen, ab wann das nicht mehr normal ist. Haben Sie das auch schon erlebt in der Praxis? Ja, es beginnt ja schon sehr früh. Gerade die psychische Gewalt, die verbale Gewalt, wird noch immer nicht wirklich als Gewalt gesehen. Es wird ein bisschen runtergespielt. Man vergleicht mit den anderen. Er ist ja eh nicht so schlimm, ganz so schlimm ist er nicht. Und das ist ja auch eine Überlebensstrategie, eine Strategie, um damit umzugehen zu lernen. Wir sagen immer, wichtig ist, dass die Frauen möglichst früh zu uns kommen, sich an uns wenden, Hilfe holen. Ehe früher können wir sie aufklären, dass hier schon Gewalt beginnt. Ein Mann, der ein Nein zum Beispiel nicht akzeptiert, der ständig anfängt, Verbote auszusprechen oder die Familie schlecht macht, die Freundin schlecht macht, beginnt die Frau zu isolieren. Denn da beginnt schon Gewalt. Und das müssen wir viel früher schon immer wieder in der Öffentlichkeit auch sagen, aufklären, dass die Gewalt eigentlich schon viel früher beginnt. Und man ist relativ schnell dann in dieser Gewaltspirale drinnen, tief in der Gewalt drinnen. Da brauchen nur dann Kinder kommen. Und dann fangen auch die existenziellen Sorgen an. Und wenn man dann eben auch nicht abhängig ist und nicht selbstständig ist, berufstätig ist, dann kann das vom Partner sehr missbraucht werden. Also dieser Machtmissbrauch beginnt ja auch auf der finanziellen Ebene, damit die Frauen dann eben nicht weg können. Und wenn der Partner das weiß, sie ist abhängig, dann kommt sie ganz, ganz schwer raus aus dieser Spirale. Und innerhalb von dieser Partnerschaftsgewalt ist auch oft die Rede von der sogenannten toxischen Männlichkeit. Aber inwiefern, und Sie haben es eh vorher schon ein bisschen angesprochen, inwiefern muss man bei uns in der Gesellschaft bei den Männern ansetzen, um dieses Problem zu stoppen? Wir müssen bei den Männern anfangen. Es ist ein Männerproblem. Diese toxischen Männigkeiten, das sind Männer, die eben nicht gelernt haben, mit Gefühlen umzugehen, Bedürfnisse zu äußern. Die schlucken alles in sich hinunter, glauben, das gehört zum Mannsein dazu. Und wir sagen aber, stark sein kann man auch anders, indem man verantwortungsvoll miteinander umgeht, mit der Partnerin Probleme am Tisch löst, mit ihr ins Gespräch kommt, um miteinander Konflikte zu lösen, ohne Gewalt auszuüben. Es ist einfach zu einfach, auf den Tisch zu hauen und sagen, so muss es passieren. Also Partnerschaft leben, das kennen viele nicht, haben sie auch nicht in der eigenen Familie mitbekommen. Und wenn man sie gelernt hat, dann muss man es lernen. Die Männer müssen anfangen, eben andere Männlichkeiten zu sehen, so wie ich vorher schon gesagt habe. Wir brauchen positive Männlichkeitsbilder, wir brauchen positive Rollmodels, die sagen, ich will das auch nicht mehr. Ich will nicht mehr, dass permanent Gewalt passiert. Das beginnt aber auch schon bei den Männern, dass sie sagen, zum Beispiel, wenn sie mitbekommen bei einem anderen Mann, wie er seine Frau behandelt, wie er zum Beispiel mit ihr telefoniert, dass man sagt, das will ich nicht. So wie du mit deiner Frau redest, das will ich nicht. Also es beginnt schon beim ersten Satz einen Stopp zu sagen und auch vielleicht auch nicht mitzulachen, wenn ein frauenfeindlicher Witz irgendwo fällt am Arbeitsplatz und so weiter. Also hier muss man ansetzen. Die Männer müssen anfangen, mutiger zu werden, sich auch zu trauen, weil natürlich die Männer haben auch oft eine Angst, wenn sie sich für die Frauen einsetzen oder eben für eine Gleichstellung, dass sie dann womöglich auch abgewertet werden von anderen Männern, die sie womöglich als Feigling oder als Schwächling darstellen. Also dagegen müssen wir ankämpfen und die Männer müssen da mitwirken. Wir brauchen Verbündete, Männer, die auf unserer Seite stehen, die mit uns kämpfen und sagen, Gewalt an Frauen hat einfach keinen Platz hier in der Gesellschaft. Bei den Frauenmorden in den letzten Wochen hat man medial nicht so eine extreme Empörungswelle gehört, wie das in manchen anderen Fällen der Fall ist. Auch von Frauenministerin Susanne Raab kam eigentlich nicht wirklich eine Reaktion. Wünschen Sie sich da mehr Unterstützung aus der Politik? Natürlich. Wir würden uns wirklich sehr viel mehr erwarten. Es reicht oft einfach auch ein Bedauern, ein Satz des Mitleids, weil ich meine, diese Frau hat ihr Leben verloren. Diese Frau hat Kinder sozusagen oder die Kinder haben diese Mutter verloren. Also es wäre das aber natürlich eine Empörung weg von dieser Ignoranz. Wir haben so das Gefühl, es wird so ignoriert. Frauen sind Frauen und sind ja eh, man hat oft das Gefühl, sie sind nicht wertvoll genug, um sie überhaupt zu erwähnen. Ich meine, wenn da umgekehrt so viele Männer ermordet werden würden, dann gäbe es einen riesengroßen Aufschrei. Aber weil es Frauen sind, haben wir oft den Eindruck, es ist ihnen nicht wert, etwas zu tun und hier mehr anzusetzen. Es ernsthaft zu nehmen, ernsthaft umzusetzen, miteinander an einem Tisch zu sitzen und gemeinsam an den Strategien arbeiten. Die Täterarbeit muss wirklich dahingehend ausgebaut werden, dass sie Konsequenzen spüren, dass sie merken, das, was sie tun, ist nicht okay. Und dass die Behörden schon viel früher ansetzen, diese Gefährlichkeit der Täter einzuschätzen. So viele Frauen machen eine Anzeige, diese Anzeigen werden eingestellt, anstatt weiter zu verfolgt. Diese Strafverfolgung ist nicht ausreichend. Es kommen kaum Täter in Urhaft zum Beispiel oder sie werden wirklich verurteilt. Das spüren natürlich die Frauen und das erzeugt bei ihnen auch eine gewisse Frustration oder auch eine gewisse Enttäuschung über den Staat, dass sie im Stich gelassen werden. Also wir dürfen Frauen nicht im Stich lassen. Wir müssen sie auffangen und in ihrer Ernsthaftigkeit wirklich auch behandeln. Mit diesen Worten darf ich mich für das Gespräch bei Ihnen bedanken. Frau Rössl-Humann, schön, dass Sie bei uns waren. Gerne. Gerne.